Erwischt Hallo Leute was geht ab ich bin zu euren Gabe Tonic Ja Ich machs eben schnell Wir spielen den Erste Weltkrieg Modus Zurück zum Wesentlichen Also hier darf man nur mit Gewehren spielen Und fast keine Panzer Ich bin weg vom Fenster Boah das ist was ganz anderes da Nur mit Gewehr Alter Schwede Oh nee Gas Boah Wiii Ich konnte nicht entkommen Boah das ist echt schwierig Albert Little Brother Hat mich ermischt Kleiner Bruder Boah das ist Echt schwierig Also ich bin Ich bin eher der Maschinengewehr Typ Aber Das ist halt Der Erste Weltkrieg Modus Da hatte man nicht Also keine Sturmgewehr Also Die kamen erst später Also Am Ende des Krieges Aber das Aber das Das ist mal was anderes ne So Wo Wo ist hier Puh Zickzack laufen So trifft mich keiner Ich bin nack auf meine Pistole Irgendwer hat mich auf mich geschossen Irgendwer hat auf mich geschossen Irgendwer hat auf mich geschossen Okay 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 Boah ich bin so schlecht Junge So schlecht Genau Das Römische Reich ist verloren Hahaha So Ich will mal auch einen mit Gewehr abschießen Ich treff aber nix Autsch In the world For me Oh Hey Hey Hätten da auf mich geschossen Oh du warst das Ich hab den ersten Kill gemacht Oh mein Gott Oh Irgendwer ladet hier nach Oh Das ist eher mein Bereich Yeah Baby Wo sind diese Oh Ah 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 Hoho Ups Upsala Cäsar Was Cäsar Was Ich geh lieber zu D Zu Okay Konzentration bitte Hihihi Erwischt Kuckuck Boah macht irgendwie Bock Da kommen bestimmt noch welche Da kommen bestimmt noch welche Muss mehr in den Kopf ziehen Wir haben Einsatz Ziel Cäsar verloren Das cool ist ja hier Hier darf jeder Sniper Darf jeder Sniper spielen Hallo ist da jemand? Oh und da ist jemand Wir haben Einsatz Ziel Werther erobert Wir haben Einsatz Ziel Werther erobert Wir haben Einsatz Ziel Werther erobert Tsk 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 Ah fuck Ja Zielen muss gelernt sein ne Aber irgendwie macht das Bock Weil jeder ist gleichgestellt Jeder hat Jeder hat ne Pistole und ein Gewehr Ja gut Die Klassen haben ja noch verschiedene Sachen Zum Beispiel Der eine hat halt stärkere Granaten oder sowas Aber trotzdem ist irgendwie cool Wir haben Einsatz Ziel David verloren Komm raus Au Wann das? Erwischt Aber ich wurde auch erwischt Ja hier darf man nicht lange zögern ne Äh zögern Dann ist man direkt Weg Weg Ah fuck Ne Ah ne kann ich nicht Ok warte mal Aber immer läuft die ganze nur mit Pistole rum Geht auch Und der hat nicht so eine Reichweite Kommt raus Ich geh mal nach C Ich geh mal nach C Achso der ist tot Wir haben Einsatz Ziel Albert verloren Albert nein Das nicht von uns gehen Albert du alte Sau Ich hab noch was tolles für euch 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 Ich komme mit euch Männer Wir werden sie vernichten Ich geb euch äh Ich geb euch äh Deckung Wir verlieren So Ja schön Wo sind die Gegner denn? Gib mir paar Ziele Ich seh keine Leute Ich seh keine Leute Ich seh keine Leute Weil die haben das Ding hier total scheiße hingestellt Hier hast du überhaupt keine Sicht Wir machen uns total fertig hier Zum Pistole Zum Pistole Nein Niederlage Wir haben verloren Wir machen uns Wir machen uns Wir machen uns Wir machen uns